Hallo Ladies and Gentlemen, wir stehen hier in Florida vor einem Haus mit Leglage, das zum Verkauf steht. Aber ganz bestimmt nicht lange. Es kostet nur 323.000 US-Dollar. Die Hauspreise steigen wieder. Was vor kurzem noch zu unglaublichen Preisen angeboten wurde, ist heute dafür nicht mehr zu bekommen. Unsere Florida-Preise sind aber für Europa-Verhältnisse immer noch unglaublich günstig und sicher eine der besten Geldanlagen. Dieses Haus hat drei Schlafzimmer, zwei Bäder, ein Wohnzimmer, eine Küche, außerdem ein Pool, eine 2K-Garage, verfügt über ein Lakeview, ein Swimmingpoolview, Balcony, Walk-In-Closets und einen Laundry Room. Danke für das Anschauen dieses Films mit sonnigen Grüßen aus Florida. Vielen Dank für's Zuschauen.